Was trinkt eine Süßbester? Was trinkt eine Süßbester? Die Zeit ist unsere Literatur Wir schauen alle auf die Ohren Es bleibt nur noch von nahem Sturm Wir schauen alle auf die Ohren Leiter, man erzählt, wie das Leben tanzen wir Wir schlägen, wir stehen und was sind nicht mehr denn das hier Kinder spielen auf dem Platz, bevor die Alten haben Die Zeit ist unsere Literatur Wir schauen alle auf die Ohren Fragen im Weltkultur Wir schauen alle auf die Ohren Wir kommen in der Literatur Wir schauen alle auf die Ohren Es bleibt nur noch von nahem Sturm Wir schauen alle auf die Ohren Marionette mit Kultur Willkommen in der Literatur Dankeschön Dankeschön Um ganz kurz zu erklären, wie dieser Abend heute zustande gekommen ist Ich habe in Kontakt mit Manni Der mittlere Mann in der Theke Er und seine Frau Lisa betreiben das LaPay Und der Applaus für euren Kuchen Der ist nämlich empfehlend hier Die machen einen Appellkuchen, dann setzen wir euch rein Leute Das ist auch gut Wir haben eben ein Essen gegen vier Uhr Marken habe ich die Käsebube gehabt, ne? Käse Sahne Zwei sogar Und der Schokoladenkuchen ist glutenfrei, hast gesagt, ne? Alles klar Alles klar Was haben wir jetzt? Aber nix falsch machen Ich bin bereit Jo Ich Gib es offen zu Keine ist wie du Meine kleine Frau Ich erinnere mich nah Du dumme Sau Meine kleine Süße Ich küsse Ich küsse deine Füße Es lässt mir keine Ruhe Keine ist wie du 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 Meine kleine Frau Ich will in deinem Bau 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020